Moinsen! Und willkommen zurück zu, richtig, ja, absolut, Mario Kart 8. Ja, das kann man auch noch mal zeigen. Wir können das auch noch mal zeigen hier, Mario Kart 8, ja, sehr schön. So, wir spielen immer noch den Speer-Mehrspieler-Modus, du hast jetzt gerade auf Bestätigung drückt. Was passiert denn hier? So, jetzt rein theoretisch, weil du das schon so machen willst, können wir auch gerne hier heute auf Grand Prix Phase machen. Das wäre dann... Ja, dann machen wir mal einen Grand Prix. Ja, dann machen wir das auf Grand Prix Phase. Das hat sich auch sehr eingedeutscht. Grand Prix, großer... Ja. Ah, überhaupt nicht angeht, was wir schnappen. Nein. Ach, guck mal, 150 hast du noch gar nicht. Nee, deswegen. Ich fahre mal gerne 100. Bislang habe ich nur das Let's Play bis 100 gemacht. Ja. Ja. Ja, also ich fahre mal gerne 100, weil 50 ist mir ein bisschen lahm. Ja. Aber, na gut, okay, für den Einstieg habe ich es dann auch gebraucht, um einmal die Stecken kennenzulernen. Ja. Was ich tatsächlich gemerkt habe, ist, dass man einige Sachen, zum Beispiel bei Zeitfahren, das ist auf 150. Ja. Da kommt man mit 50 gar nicht hin. Nein. Nein. Also, das habe ich noch nie so gemerkt wie hier. Tja. Gut, also ich denke mal, wir fahren ein bisschen 100. Gut, deine Meinung. Dann fahre ich mal mit... Okidoki. Okidoki. Du fährst mit Okidoki? Ja. Wer ist das da unten ganz links? Ganz links? Äh, rechts. Rechts, links. Nee, links, links. Dein rechts, was du eben für rechts gehalten hast. Achso, hier, Lemmy. Lemmy. Ja, das ist der Einzige, der mir noch fehlt. Echt? Ja. Als ich gerade zu dir aufgebrochen war, habe ich tatsächlich das letzte schon mal hingekriegt. Ach, guck mal, ich bin der Spieler 1. Das ist der cool. Ja, du bist der Spieler 1. So, Lemmy ist nicht gerade der schnellste, wie du sehen kannst. Ach, was? Nee, ich glaube, ich kann ihn noch tauschen. Was? Ja, klar. Geht's ja. Nein, ich bin nochmal. Willst du Shy Guy? Ja, ich weiß nicht. Shy Guy. Voll witzig. Vielleicht durfte er bei Mario Party 9 ja nie. Nee. Ich habe auch aktuell aufgerufen für eine Revival. Also gegebenenfalls, dass du beispielsweise bei so einem Revival dabei bist. Was soll das heißen? Revival heißt beispielsweise, es gab ja schon einige Let's Plays von mir. Ach was. Ja. Sag nicht tatsächlich. Doch, wirklich. Und das eine oder andere kann halt neu aufgelegt werden. Siehe Mario Sunshine zum Beispiel. Oder... Ja, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von. Ja, deswegen ja. Aber man muss erst mal wissen, dass man keine Ahnung davon hat. Ja. So. So, ich muss erst mal so ein bisschen... Vielleicht können wir jetzt immer den Ton ein bisschen runterfahren, ne? Weil... Ach so, deswegen. Ach, es ist so bloß. Ich weiß auch, wie in der Tasche hier sitzt. Mikro. Ja, absolut. Nee, aber das stört auch eigentlich nicht. Das haben wir auch schon woanders gehabt. Ach so. Ja. Ich bin ja immer bei Kiebetschen. Also, weil du so hier... Also, der fändeste Stab sagt ja absolut nie... Ja, der ich... Weißt du, der Flo sagt mir auch schon so von wegen... Oh, hier ist es schlimm. Das Bild hängt schief. Bilder hängen schief. Unglaublich. So, im Endeffekt... Die Wand ist nicht gleichmäßig gestrichen. Ja. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Ist das Kunst oder kann er das schon bringen? Ja, in der Fall. Ja, überlegen wir uns was. Du bist derjenige, der entscheidet. Nicht ich. Was hier nur ein einzigen... Ja. Was ist da denn passiert? Ja, schau es dir an. Ein vierter Platz war dazwischen. Deswegen... Vielleicht war es nur Erster. Ja. Gut, dann fahren wir den mal. Ja. Ich finde, den brauchst du vielleicht ein Stärkchen mehr. Vielleicht geht das ja. Mal gucken wir mal. Aber sind wir noch mehr Spieler ja? Ja, wir haben das auf mehr Spieler. Sonst hättest du es gar nicht spielen können. Ich bin hier Spieler 1. Ja. Meine Batterie geht zu Neige. Oh. Nur noch einen Balken. Ja, also da kommt Reiz. Ich mache es mal vor. Hier, hört mal zu. Er fupt. Jawoll, die Hüpfen. So, diese Schlaggliebe da oben ist. Sieht man die jetzt? Ja, die da oben. Die habe ich umgefahren. Sehr schön. Das ist jetzt demnächst auf meinen Kanal zu finden. Sehr schön. Als Highlight-Clip. Ich habe mich auch nie gerade in den Ruhm begleckert, was die Zeit von Zeitfahrt anbringt. Aber... Ach, ich weiß nicht. War ich nicht. Ich fliege gerade an dir vorbei. Und ich fliege an dir vorbei. So. Das ist ja schon mal ein Vorgeschmack für den Online-Modus. Oh. Ja. Nee, finde ich nicht. Also da... Nee, finde ich nicht. Hä? Oh, der ist hier wirklich da. Oh, pff. Der ist flott hier, ne? Du hast immer noch deinen Pilz. Das ist schon seit Anfang an, glaube ich. Ja, weil ich kriege den hier nicht sinnvoll untergebracht. Doch, scheiße. Hier. Ich hätte doch hier so schön das Ding umliegen können. Ja. So, warte mal. Pff. Ja. Aber ich versuche das gleich nochmal. In Runde 2. Dann. Ich fahre das abachtig. Ich finde, wir können auch bestimmt driften. Ja. Zum Kurs. Nein, 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 nein. Aber das ist ja auch doof, ne? Jetzt fahren wir, das fahre ich hier schon mit dem Weenwheel. Und bin halt noch gewohnt von Line of Fight We. Ja. Ne? Du musst dann einfach mal hochreißen. Nee, ist nicht. Ich muss mal ein B drücken für. Ah, herzlichen Glückwunsch. Oh, ich hab die Luft. Ja, hab ich nicht so ganz. Ich fahre vorne. Ah, ne, ich seh den. Also so weit. Ja, so guck mal. Da sind wir schon mal nachgesehen. Hab ich auch schon. Ich hab auch schon in meinem Display davon überlegt. So von wegen, diese Hupe kann man. Kann eigentlich diese Hupe blauer Panzer abwehren? Ja, kann sie. Kann sie? Kann sie? Kann sie? Sollen sie können? Ich hab's da an jeden Fall gekriegt. Ach so, was dachte du sollst. Weil entweder ich werde von einem blauen. Oh, oh, pass auf. Jetzt kommst du. Ich werde da nicht schon wieder irgendein. So, ein großer Panzer an mir vorbei. Dann wird nicht so'n blödes Gewächs wiederkommen. Warte mal. So, jetzt. Ist der Köln jetzt so saugig drinne? Komm, was da gleich bitte nochmal an den Highlight sagen? Ich weiß nicht, ob das bei mir drinne ist. Weil ich fahre hier vorne weg. Dann machen wir den Fokus einfach auf mich. Kann er das? Ja, natürlich. Hast du das noch nie ausprobiert? Nein. Ich hab in diesem Let's Play das noch nicht ausprobiert, dass man den Fokus woanders ausdenkt. Ich glaube schon, aber immer noch ausgesehen. Was? Haben sie das gesehen? Ja, man kann sich das auch aus der Seen angucken. Weiß ich was. Oh, 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 oh. Ja, okay, und dann könnte ich nur noch ein bisschen strügig. Aber das wird lustig dann im Online-Modus. Wo kann ich da noch auf 50 stehen nachher? Ja, weil ich glaube, die anderen noch 50 fahren. So, der Sieg ist mein. Ja, okay, ich hab mich jetzt nicht mit rumgeknackert. Nee, Schreiger ist jetzt nur Fünfter geworden. Ja, es liegt dran, also mit Mario bin ich immer Erster. Ja. Jetzt Mario bloß nehmen kann. Nein, du störst mich weiter. Wenn du nicht hörst, dann wäre ich Erster. Achso. Na ja, geh ich mir. Dann ziehst du das Niveau nach oben so. Ja, schlimm, ne? Apropos Niveau, du kannst jetzt auch den Highlight-Clip angucken, weil ich hab hier nichts zu sagen. Also, das erste Mal. Das ist ein Rück dazu. Das können wir uns nochmal rückwärts angucken. So, aber das ist jetzt ja nicht so. Dann wollen wir das bearbeiten, ne? Oder? Also, sehen wir hier nochmal dieses... Ja. Weiter ansehen. Ich mach hier nichts. Ich mach hier wirklich nichts. Ich leg das Tablet zur Seite. Aha, toll hier. Ja. Zeitlupe. Und jetzt? Romantische Musik muss... Muss... Ja. So. Wer war denn das überhaupt? Ich kann mich nicht sehen. Daisy. Hätte jetzt noch romantische Musik dazwischen getan werden. Okay, dann müssen wir das mal bearbeiten. Dann sieht man hier Hauptrolle Shy Guy. So, sonst. Hauptrolle 2 Shy Guy. Hauptrolle 3 auch. Hauptrolle 4. Schwerpunkt. Ähm... Action. 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 Machen wir mal auch 60 Sekunden, weil dann sieht man nämlich noch Highlights und nicht nur aus der Perspektive, weil wenn du auf volle Länge gehst, siehst du die Wiederholung aus Fahrradperspektive. Okay. Okay. Ja, weiter ansehen. Ich verwechere das immer hier, weil... Yeah! So, jetzt mal ein bisschen beschleunigen das Ganze. So, und jetzt kommt der große Highlight. BAM! Ja, genau. Ja, genau. Nochmal aus einer anderen Perspektive, ne? Aber da vorne fliegt Lemmy noch durch die Gegend. Genau, und dann... BAM! Aber er hat fast den... Er hat den Reifen gekriegt, ne? Er hat den Reifen gekriegt, die Piranha-Pflanze. So, der Blitz... Der hat dich ja eigentlich nicht so gestört wie mich. So, und jetzt kommt's. Und? So, jetzt versache ich, es kommt. Spannungsschneider! BOM! Noch nicht, noch nicht! Kommt der jetzt! Ah, schön! Ja, sehr schön. Sehr schön. In Original, okay. Dann fahren wir jetzt das nächste Rennen. Aber ich glaube, die Leute denken sich auch, was sind das denn für Spinner, ey? Es tut mir leid, ich bin nicht derjenige. Das sind die Möglichkeiten, wo man mal gegen so ein Schild fahren kann. Ich bin leider nicht derjenige, der entscheidet, welche Highlights gezeigt werden. Das ist hier, hier, ne? Mein Co-Kommentator. Ja, wir können auch gerne gleich das Rennen aus deiner Sicht nochmal angucken. Quatsch! Wie du fertig gemacht wirst. Übrigens, so dieser Upload, das sind so ungefähr 11 MB, wenn man sich das auf 30 Sekunden... Weil mehr als 30 Sekunden kann man nicht. Ja. Also zumindest, wenn ich so Unterlage lade, sind es bei 11 MB dabei. Ja. Von YouTube im Original. Qualität, ne? Oh, erster. Wie kann das denn passieren? Ich weiß es nicht. Da fahren wir mal so unten weg. Und das dauert dann so ungefähr 3 Minuten, um zu hoffen zu haben. Boah! Vielleicht war es auch mehr. Okay. Aber also so grob gesagt 3 bis 5 Minuten. Ja, aber es liegt ja auch immer an der Geschwindigkeit. Ja, genau. Und jetzt, wo ich im Moment hier unterwegs bin, bin ich jetzt eigentlich zu Hause hier. Ja, bist ja bei mir hier. Ja, und da ist dann das Internet halt teilweise semi, was die Geschwindigkeit angeht. Ja, das habe ich auch schon meinen Zuschauern öfter gesagt, dass hier meine Leitung hier ziemlich schwach ist. So, den kann man auch zertrümmern, aber dann passiert leider was. Oh, Boomerang. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Richtig, glaube ich, habe ich bislang nie gebracht, aber mach ich jetzt immer. Wenn ich ihn hab. Hast du auch schon mal, ob du dieses rückwärts zu fahren? Rückwärts? Rückwärts? Ne, ich meine entgegengesetzter Fahrtrichtung natürlich. Da haben wir doch eben mit dem anderen Turnier im Ruch. Mo, 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 Los! Ich meine schon richtig entgegengesetzt. Also sprich, dass Lakito kommt. Achso, nein. Er ist nicht. Nein, hab ich noch nicht. Langweiler, das müssen wir mal machen. Oh, das kommt zu mutig. Und dreimal Rosalina! Irgendwo ärgerte sie mich, gell? Irgendwo war sie böse. Höchstartiges Mädchen nennen sie, höchstartig. So, da war eine Bombe. Da brennen diese Hütchen rum, das sind immer total. Nein! Jetzt hat sie Rosalina mal mir gerechnet. Total erfüllen. Gut, also ich fahr jetzt hier gerade auf Platz 7. Ich komm einfach nicht nach vorne. Ich hab noch gesagt, ich fahr auf 1 mit. Ich komm einfach nicht nach vorne. Ohi! Erst recht wegen dieser Tempel-Rausch! Auch schön finde ich, das Effekt, wenn man über das Tempel-Feld fährt. Diese Bewegungsunschärfe. Richtig? Ja, weiß ich. Jetzt denke ich, die Bayern verrufen sich bestimmt wieder, was soll dieser Scheiß eigentlich, ja? Du kannst es nochmal richtig machen, dass du das verdammt. Ja, deswegen habe ich da mittlerweile auch gehört. Machst du. Also hier zum Beispiel beim Let's Play. Okay, dann kann man ja versuchen, wie es Niederländisch anzufahren. Ja, apropos die Niederlande. Ich kann das ja eh nicht so gut, aber... Apropos die Niederlande, hast du die Weltmeisterschaftsprognose bei mir verfolgt? Also ich bin da so die letzten acht Monate vom Internet abgeschnitten gewesen. Niederlande ist Weltmeister geworden, laut dieser Prognose. Ach so, schade. Ja, von Fahle hat sich gefolgt, wie nichts gut ist. Wird eh nie passieren. Du kannst dir jetzt mal ein bisschen Highlights angucken und was trinken. Ach, trink doch mal, weil nicht wurscht. Ja, weil... oder guck dir das jetzt einen Moment an. Ja, also... Im Endeffekt, dem Rennen bin ich schön vom Platz 7 oder so auf 2 gefahren. Du siehst ja die Entfernung. Das ist also relativ relativ. So, dann kann man sich mal so einen Standard-Highlight-Clip ansehen, wie er ist oder was. Was? Willst du das mal sehen? Nein! Okay. Also ich finde, das kann man total ritzig einstellen. Ich muss ihm das mal so ein bisschen erklären, weil er davon so überhaupt gar keine Ahnung hat. So. Dann wollen wir noch unbedingt auf Rosalina achten. Ja, Rosalina, die tofe, ey! So, und noch jemanden vielleicht, den ich blöd angeglotzt hab, da so. Ja, Yoshi wollen wir noch wegen Schwerpunkt. Äh... Treffer! 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 Aber... Ohne Musik dazu. Achso! Da! Und dann ab und nochmal! Und dann... nochmal! Dreimal hab ich den getroffen! Ja, das hat mir... Ja, das hat mir... mit verschiedenen Fokus... Sehr schön! Mit verschiedenen Foki oder was? Foki? Oder was? Ja. Aber so mit drei Sternen wird das jetzt nichts mehr, weil ich Zweiter geworden bin. Ja. Ich bin Zweiter. Du bist überhaupt Zweiter geworden. Ich bin Zweiter geworden eben. Achja, stimmt. Ja. Weil du warst ja schon durchs Ziel und ich hab dann auch meinen zweiten Platz gefahren. Ja, ich bin Zweiter. Wollts einmal doch mal rufen, ne? Ah, jetzt bin ich auch noch dran vorbei gefahren. Ich auch. Ich weiß, innenrum. Oh, ich hab dich sogar bei die Innengruppen verholt gekriegt. Äh, ich bin hinter dir. Ja, deswegen. Ich hab dich über die Innenkurve überholt gekriegt. Ich bin die ganze Zeit schon hinter dir. Nein! Doch! Bist du nicht, du warst zwischendurch... Nein! Das ist... Ich meine, du warst praktisch mal zwischendurch erst... Auch nicht! Dann warst du eben direkt neben mir. Ich war hinter dir! Ich hab versucht, deinen Windschatten zu nutzen, aber irgendwie klappte das nicht. Wollen wir uns das gleich nochmal ansehen? Also, du warst doch definitiv hinter mir. Können wir gleich anfangen. Wow! Ne, vor mir mein ich ja. Nein! Doch, was? Aber ich krieg auch nur so dämliche Items, dass ich den hier nicht überholen krieg. So! Siehst du, und jetzt... Jetzt versuche ich jetzt meine Wenigkeit gegen Lemmy. Oh Leute, sag mal, was macht ihr denn da? Oh, innen lang! Die Töne auch immer total... Da! Guck! Super 8, meine zweite. So, die Super 8! In diesem Let's Play ein neues... Pfundstück! Mach schon mal die Items einsetzen. Wow! Man kann auch die Items weg... äh... blockieren damit. Also, die man... Ja, erzähl! Ich hab das Item ja nicht gehabt. Erzähl jetzt für die Zuschauer, was man damit kann. Und wie man was kann und etc. Nein, nein 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 nein... Jetzt muss du so ne Tröte gehabt, ne. Da wollen wir erstmal ein... Pilz reinsetzen. Und dann vielleicht jetzt nochmal die... Danke, danke. Das war meine Bombe, die ich jetzt hatte. Jetzt schicken wir mal Blooper los. Blooper des Todes? Ja, und es ist halt immer das Item, was vorne ist. Und das war ich mit dem Sternchen hinterher. Ich sehe die Strecke nicht. Und das doofe ist, dieser Stern ist total langsam geworden und kurz. Also wenn man damals wirklich so bestimmt 30 Sekunden durch die Gegend gerast ist, ist jetzt gefühlt so nach 5 Minuten wieder vorbei. Oh, die wechseln sogar mal ab. Gar nicht gewusst. So, gegen Daisy in Zweikampf. Also das kann ein Highlight-Rennen sein. Dann können wir uns doch vielleicht noch mal einsehen. Willst du das? Oh Gott. Um Gottes Willen. Ja, nur ein Panzer. Weil das ist der Sieg! Das ist der Sieg! Das ist der Sieg! Das ist der Sieg! Ich bin ganz zufriedenstellend. Also ich würde schon sagen, das gehört schon zu den Highlight-Rennen, würde ich sagen. Ja, das war jetzt total geladene Stimmung. Na gut, dann nicht. Ja, ne, gucken wir uns das mal an. Ich weiß ja, das kann man auch voller Länge eigentlich auch so mit Fogel machen. Ich weiß es nicht. Volle Länge! In Fogel kann man sich nur einen angucken. Ja, aber volle Länge kannst du, kannst du am Anfang, der kannst du am Anfang mich angucken. Also, wer bist du? Lemmy. Lemmy. Ja. Das heißt, wir gucken dich jetzt mal an, der Anfang. Ja. Dann kannst du jetzt sehen, dass ich es versucht habe. Da, siehst du? Jetzt kannst du sehen, weil ich versucht habe, gleich an Anfang dich zu... So. Das ist... Da! So, da bin ich! Und ich war die ganze Zeit hinter dir. Ja, aber wo bin ich denn? Nein! Da bist du! Du bist die ganze Zeit vor mir! Ich bin da vorne! Ja! Mit den Kuperdingen, die kennen wir nicht aus. Guck, ich habe den versucht, da wegzudrängen. Wer ist das? Weiß ich nicht, Ludwig vielleicht? Ludwig ist der, der mit den langen Haaren. Ach so, ja, der hat auch lange Haare. Also, da habe ich versucht, den innen zu überholen und ich dachte, du bist der mit den blauen Haaren. Nein! Ach so! Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergefahren und habe versucht, euch beiden, wenn ihr beide da euren Krieg ausführt, dann an dir vorbeizukommen. Siehst du? Ich habe versucht, das mit einem Windschatten zu machen, aber irgendwie ging das nicht. So, und dann... Irgendwie war ich zu weit weg. Habe es die ganze Zeit versucht. Und dann ist los, bleibt etwas passiert sein. Wir nahen kam er dann wieder. Genau, und dann habe ich versucht, da irgendwie was zu machen. Du bist dann auf die Idee gekommen... Ja, mein Pilz! Warte mal, wieso hast du denn den Pilz... Was willst du denn mit dem Pilz an dieser Stelle kurz wecken? Guck mal da! Und jetzt setzt du ihn natürlich ein. Warte mal! Nein, ich habe ihn nicht eingesetzt. Er hat sich gedreht und hat dir jetzt gesagt... Yeah! Und dann hat er das jetzt wieder gehabt. Ich dachte schon. Ne, ich habe meinen Pilz erst später eingesetzt. Da! Aha, jetzt! Da habe ich ihn eingesetzt, damit ich genug Schwung habe, um dir über diese Note rüber zu fliegen. Also, ich bin immer links und rechts und dann... Also, auf dem 3DS war es in der letzten Runde immer total witzig. In der letzten Runde war es immer nur bumm, 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 und dann fliegt man da auch irgendwie irgendwie. So, und dann war das hier halt der Zweikampf mit ihm, weil du schon irgendwie woanders warst. Ja, weil irgendwann war es wirklich bestimmt sicher oder so. Okay, also wenn wir das gesehen hätten, dann machen wir weiter. Ja. Ich dachte, wer ist der andere? Nein! Es ist ein Problem, wenn du sieben Kopalinge hast und am besten noch alle Sachen im gleichen Rennen mitfahren, dann ist es irgendwann vorbei, hast du keine Ahnung, wer das ist gerade. Ja. Larry war das. Larry. Ich bin Lemmy und das war Larry. Ja, ist ja auch zum Verwechseln ähnlich. Ja, fängt beißt mit Larry an und fängt mit zu landen. Und vor allem, weil ich gesagt habe Ludwig. Hey, Ludwig hat Garmin Schmidt im Feld mit. So, du fährst wieder auf Platz 1. Nein, ich habe schon gehört. Weil ich habe mit dem letzten Auto ausgesucht mit einer tollen Anfragbesleunigung. Boah. So, die Goombas hier. Moment, ist jetzt irgendjemand hinter mir herrast, weil ich sehe das dann nur bei dir. Ja, bei mir kannst du immer schön schauen, wie ich hier hinterher versuche, um zu driften. Ja, und wir haben letztes Mal bei Mario Kart Wii die Automatik-Karts und Bikes und die manuelle Steuerung. Und das ist jetzt für tatsächlich eine Automatik-Kart, was aber driften kann. Also irgendwie so beides ein. Wenn ich das teuer rumreißen, dann fängt es auch irgendwann an zu driften. Sehr schön. Ja, Lemmy und so. Wir bekriegen uns hier gerade auf Platz 3. Ah. Ich bin wieder abgedünftet. Oh, ihr habt aber auch echt noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, aber Daisy müsste gleich dich überholen können. Wie ist es jetzt um die Kurve? Die Nummer steckt noch Meister. Ah. Feuerblume! Wow! Ich hab jetzt... Also die waren so ausgebranden hier. Ne, so. Weiß eine Seite. Ne! Du schon wieder! Ich hab gesagt, Feuerblume! So, Erster! Und diese Münze, ja! Diese Münze, die nervt mich einfach nur noch sowas vor. Wieso das denn? Immer diese, also es ist ja schön, so ein riesiger Tempo schon von 0,01 Sekunden ungefähr, na? So, ja, du darfst mir doch nicht hinten reinfahren. Ich wollte gerade den Windschatten ausnutzen. Aber du weißt, dass ich langsamer bin als du. Mein Auto ist deutlich langsamer als deins. Du müsstest mich auf einer Geraden relativ schnell überholen können. Kein Kommentar. Das war ganz enttäuschend. Aber fast. Na hin. Ja, direkt reingefahren. Das wird hier ein Kampf um Platz 1. Oh, verdammt. So. Siehst du, und das meinte ich mit dem, dass ich auf geraden Strecken deutlich langsamer bin als du. Ja, jetzt komm! No! Yes, 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 yes! Weißt du, mich mitreißen, einfach durchfahren. Das hatte ich auch zwei, drei Mal, weißt du, ich bin einfach mal durchgefahren. Was denn für'n Scheiß, ey, nee. Gott, zwei Ende des Züels. Ah, das will ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Wollen wir uns das angucken nochmal? Nein. Das können wir ja immer noch später machen. Ja, also das war jetzt so wirklich ein Highlight-Rennen. Also wirklich? Nee, da komm ich schon rumgerast. Und dann weiß ich... Kann ich dich noch im Rückspiegel angucken, wie du da schön vor dir hin saust, da? Ja, jetzt nochmal. Da, gleich sehen wir es nochmal. Kommt diese blöde Dinge da? Ja, weiß ich nicht. So, und da kam ein Feuer noch hinterher, ich weiß. Da, mein schönes Feuer. Ich hab' alles einfach abgefeuert. So, da hab' ich Daisy getroffen. So. Und die Zieleinfahrt ist die wichtigste. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ja, aber alle neben. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Der hättest einfach geradeaus durchfahren müssen. Habe ich ja, ich wollte nur nach hinten gucken. Ja, aber du bist Schlanglinien gefahren. Du bist zum Ende Schlanglinien gefahren. Ich hab's gedacht, was ist das denn jetzt? Warum Schlanglinien? Ich hab's ja nicht von vorne gesehen. Doppelstern ran, 450. 600. Ja, ich weiß. Du musst A drücken. Ach Mensch. Ja mei. Ich bin nicht vertraut in dieser Situation. Du hast diesen schicken Pokal an. Zwei Sterne hast du, Mensch, mal zwei. Toll, ja? Ja. Jetzt hast du ja nicht mehr nur einen. Also, der Witz ist, es gibt ja kaum... Ja. Wir beenden diesen Teil. Wir hören uns nächstes Mal. Ja. Und wir diskutieren erstmal. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.